Hallo Leute, ein paar von euch hinterfragen eventuell, wie authentisch Maggie ist. Aber sie hat halt wirklich überhaupt keinen Plan, was im Internet so abgeht. Sie erzählt uns jetzt hier gerade, dass ihr Bruder ihr nen Rapper gezeigt hat. Und der ist irgendwie komisch gewesen und jetzt kommt die Erklärung. Also Maggie, an was erinnerst du dich? Also, er hat ganz viele Nike-Schuhe. Okay. Also halt auch so richtig die teuersten der teuren. Also irgendwie, keine Ahnung, er hat ein Video gedreht, wo er seine ganzen einzelnen Schuhe vorgestellt hat. Also wo er die teuersten Nikes und die billigsten Nike fährt. Ich komme mir der Sache schon näher, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Aber du bist sicher, dass es ein Rapper ist? Ja, er tut so. Also ja. Na also tut er so oder ist er einer? Na ja, er ist schon einer. Und gib mir mal bitte die Flasche. Dieses Phänomen hier, davon hast du auch noch nichts gesehen. Nee. Sie ist ja auch kein Phänomen. Na, also gib mir die nochmal. Wenn man das so wirft und dann bleibt sie stehen. Weißt du wie? Genau. Das sagt dir nichts. Aber weißt du, was ich kenne? Die Leute mit dem, die, die, das mit dem, also im Alltag, weißt du? Die da immer irgendwas, irgendwelche Sachen irgendwo hinwerfen. Umweltverschmutzer oder was? Die kennst du. Ich glaube, ich weiß, was du weißt. Aber das war halt irgendwie vor ein paar Jahren. Ja, ja, vor zehn Jahren Everyday Sunday oder irgendwie sowas. Ja. Alter, Maggie, du bist so, du bist ein Bündel der Memes und was nicht alles. Also wirklich, du kennst dich richtig aus. Ja. Und den Rapper, den finde ich gleich auch noch raus, wie er heißt. Ja. Ich warte jetzt auf Eckis Antwort. Also bis jetzt klingt es nach fast jedem Rapper. Naja, der ist so ein bisschen türkisch angehaut. Aber im Endeffekt ist es bestimmt Apo Red oder irgendwie sowas. Nee, so bekannt ist er gleich nicht. Wer ist ein Apo Red? Ist das schlecht? Ja, wofür muss man denn solche Leute auch kennen? Das frage ich mich leider manchmal auch. Ich kenn ihn halt nicht. Ja, mehr davon auf dem authentischsten Kanal aller Zeiten, Maggies Kanal. Der hat leider kein URL, aber ja, guter Kanal.